Hola, was geht, was geht, was geht. Neues Video und heute neuer Song von Sam Payne. Das ganze Ding heißt Sunshine. Also nicht im Po bekleben, ne? Ich bin gespannt. Wir gehen rein, Sunshine. Wir sind nicht allein. Oh, aber warum muss das alles immer so auf dieses Alte sein? Ich mein, klar, es ist schön und cool und so, aber... Da wählen wir ein bisschen viel langsam. Oh, das ist aber... Ganz ehrlich? Ich hab's mir grad schon gedacht. Oh, warte. So ne Vitrine. Egal, ob die genauso aussieht, aber auf jeden Fall so ein Ding und dann voll mit diesen Gläsern und Pokalen und sowas. Wer kennt das nicht? Also sag ich ganz ehrlich, meine Großeltern hatten das beide. Also von Mama-Seite und Papa-Seite. Ich glaub, das ist normal, oder? Das war so ein Ding früher. Eigentlich müssen wir das mal wieder inmachen, weil irgendwie hat das auch was Geiles. Okay. 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 Ah Bro, ich liebe Sam Payne's Flow und Stimme, ne? Macht einfach jedes Mal wieder Bock zu hören und gerade wenn das dann so schöne Lyrics wieder sind Aber Bro, ey, was ist das für ein Video? Ey, jetzt mal Real Talk, du hast da so einen geilen, schönen Song Sam Payne geht da wieder schön drauf ab ist genau so ein chilliger, schöner Vibe was du dir vorstellst unter Sonnenschein Also, hä? Was ist das hier in einem Video? Boah, geil ey Geiler Flow von Sam Payne und dieses Ja Wuh Achso Ich hab mir mein Lehrer's Schuld Hello, mein Samenschein Drop das Dach vom Coupon, lass die Sonne rein Du bist morgens, mittags, abends, Sommer mein Es läuft zweimal an deinem Herz und dann komm ich rein Also, ich sag ganz ehrlich, so mit dieser, in dieser Kneipe und so, das hatte mehr Vibe als der Anfang, ne? Zu dir, weil das irgendwie, das hatte so einen geilen Vibe, gerade zu diesem Sound, gerade zu diesem Dieser Melodie Ey, wie geil ist diese Melodie, bitte? Aber Wenn man überlegt, was eigentlich in der Kneipe läuft, ist das eigentlich ein bisschen komisch dazu Also, ist halt so neumodische Kneipe, aber Alleine diese scheiß Disco-Kugel Hat das so dazu gepasst? Aber vielleicht bin ich auch einfach, bin ich auch einfach nur alt und feier halt so Disco-Kugeln-Shit und sowas Krass, Alter, Melodie, krasse Melodie, ey Crazy Also, real toll Geiler Song Wirklich auch schöner Song Ja Mehr brauche ich dazu ja nicht sagen Stampin hat wieder abgeliefert Aber dieses Video Oder dieses Video Und machen wir einfach fertig Weil ich sag wirklich, wirklich ganz ehrlich Eigentlich hätte das Video genau hier anfangen können Wo die hier vorfahren So, und dann hätten die einfach da in der Kneipe drehen können So Weil das ist irgendwie Weiß ich nicht Das ist komisch Weil das irgendwie gar nicht so den Vibe von dem Song halt so mitnimmt Finde ich Das ist irgendwie so ein bisschen unpassend Aber gut So haben wir es bekommen, ne Und es ist halt, oh, irgendwo lustig Vielleicht sollte es auch einfach nur ein bisschen lustig sein Ich fand den Song auf jeden Fall mega geil Geilen, schönen, sommerlichen Vibe Passtend Wirklich passend mal zum Namen Was wir ja nicht oft haben gefühlt Hammer Bin echt gespannt, was der Mann noch so droppt Weil Er verdient es halt Größer zu werden Bin ich ganz ehrlich Sam Payne Macht einfach Spaß Die Musik zu hören Sein Flow zu hören Seine Stimme auf jeden Fall zu hören Ja, ich bin gespannt Was dann noch kommt Ich hoffe ihr auch Dann sehen wir uns da wieder Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag Verliert euer Lächeln nicht Und dann Vielleicht Bis zum nächsten Mal Ja